Guten Tag ihr Leute, das da vorne ist Abby, die übersetzt für uns und wir gehen jetzt mal gucken, ob man was zu füttern findet. Ja, okay. Hallöchen Popöchen, erstmal zu dir. Na du? Achso, du bist geil, mein Kollege. Okay, dann. Ah, ähm, ja, Hammer, mehr so quasi, bissl. Ah, so und so und so ist es. Ja, wahrhaftig. Das ist richtig. Jetzt, jetzt kommt raus, dass es einfach so ein arme Leid zu essen ist, so wie, ähm, Gequälte mit Salz. Ah, ich liebe Gequälte mit Salz. Ja, dann ist mehr doof als die Zwerge. Ah, noch. Ich hab gemeint, du kochst das jetzt einfach. Du wärst doch wohl ein bisschen alter Fischhahn und ein paar Äppel. Ja, verfaulte Äpfel und verfaulter Fisch. Okay, ja. Pass auf, pass auf, pass auf. Hab ich gute Idee. Alter, hab ich gute Idee. Gehen wir da hinten hin, in der Lage. Und holen uns Appels und Fisch. Guter, salziger Fisch für das Bier. So, alles klar. Ja, 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 erzähl mir nix. Verzähl mir nix. Aber ich bin schon fünfmal gehört, so. Wir nehmen mal fünf. Und Fischi. Ja, irgendwelche Fisch, oder? Das ist schon nur gereifter. Das ist aber ein normaler Apfel, gell? Das ist ein reifer Apfel. Siehen wir ja durch den Fasch. Guck mal her. Pass auf, wir nehmen mal drei reife Äpfel. Und wo waren die Uferfisch? Gereifter Uferfisch. Nehmen wir Amu 3. Ja, 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 die labert immer noch. Hey, die hört gar nicht auf. Du bist eine Plappermaul. So. Sieht gut aus, oder? So, jetzt pass auf. Also folgendes, ne? Jetzt suchen wir uns eine Bank zum Hi-Setzen, weißt du? Gibt's doch irgendwo Bank zum Hi-Hooker? Und dann hocke ich mich einfach fünfmal auf die Bank oder sowas. Jetzt hör doch mal auf zu verzählen, Junge. Helf mir lieber beim Suchen, wo Bank ist. Wo finde ich sie? Was ist denn das so hinne? Könnte eine Bank sind. So drin vielleicht, da. Da ist eine Bank. Bank sei Dank. So. Jetzt machen wir mal ein kleines Käse, ne? So. Setzen wir uns grad wieder hin. Machen wir ein kleines Käse, ne? Äh, so geht das. So. Müssen wir mal gucken. Ob das jetzt halber da, das langt schon zum Verfauen, oder? Ne. Wie lang muss ich denn das da machen? Ist egal. Ich mach das jetzt einfach mal. So ein bisschen Benny Hill Musik hätten wir jetzt gebraucht. Oh, wisst ihr? Ich wollte grad anfangen so. Eigentlich wollte ich machen. Wieso? Ich hab keine Ahnung. Egal. Äh, das haben wir ja locker hingekriebt. Guck mal da. Das sind noch ein paar Blimmel schon. Die nehmen wir mal mit. Sind noch nicht verdaut. Äh, verdaut. Verdopp. Verdaut sind sie wahrscheinlich auch nicht. So, Mädchen. Hast du schon den Kochtob auf den Herd gestellt, ja? Aber sowas von. Ah, nur Anna. Okay. Bitteschön. Gut. Mach. Kuchenbohle. Mhm. Guck dir wirklich. Krass. Mhm. Ja, aber warum koche ihr dann so eine Scheiße, wann's keiner essen will? Stinkt noch nicht genug, hä? Doch. Ist das sowas wie, äh, äh, ähm, der komische vergorene Fisch da? In der Dose? Reckjavik, oder wie der heißt? Äh, ja. Vielleicht, bei möchtest du mal einen längeren Löffel holen, hä? Nur so, Idee. Ob jetzt rieh noch ein bisschen rum. Zack. Ja, und jetzt kriegst du eine Tupper-Schüssel, oder was? Es ist bereit, aber es ist so vile. I cannot understand how anyone could stomach it. Let alone enjoy it. I fear the dwarven Blacksmith will be angry, if I present him with this. But I will trust in you. Come. Oh. Let us await a batall. Wie, beide? Ich bin bereit. Oh, geil, hast du eine Reisestell? Here. Okay, äh, du willst also scheinbar mitkommen, oder was? Okay, komm. Äh, jetzt, warte auf. Wir laufen mal. Wisschen? Bring Sarah das Nutriab. So, laufst du mir hinner her, Mädchen? Okay, gut. Warte auf. Äh, erst noch hochgucken. Hier geht's schon mal nicht, ne? So blöd bin ich kein Fünfmo. Ja, gell? Ich, ich bin, ah, ich freu mich auch immer. So, also, die nehmen wir mal auf, auf Schulterla. Dann nehmen wir mal ein Stehntchen. Und benutze den. Und zwar, batall. Oh ja, funktioniert. Wenn er funkt, funktioniert's. Weil er funkelt, schmeißt er einfach nur eine Stehe an die Backe. So. Der steht's runter. Bin ich denn hier? Ah, bei mir daheim, gell? So. Ähm. Äh, Moment. Warum krieg ich denn da zwei Dinger angezeigt? Ich weiss immer noch nicht, was das da ist. Der Lutz. Der Lutz, der Sigurd. Und, äh, klö, 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 klö. Klö, 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 klö. Ne, komm, ich krieg da auf der Karte so zwei gelbe Dinger angezeigt. Ey, warte mal, warte mal. Hab ich jetzt den falschen Auftrag dran? Ne, 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 das ist schon der Richtige. Okay, gut. Ja, weil die da von dem... Ey, nachts sieht's hier voll hübsch aus eigentlich. War nicht so gemerkt, ne? Dass es da eigentlich voll hübsch aussieht, so. Warte mal, warte mal. Was ist denn das da vorne? Was ist denn das da? Alter, warum? Was geht denn hier ab? Geht ab. Noch irgendwo was? Wo dann, wo dann, wo dann? Ah, du hin und mich auch mal draufhauen. War's das schon? Das war's schon. Okay, cool. Cool, sogar Level-Up hat's gebt. Danke. So, ach, das war einfach nur ein Dingens, dass du gerade Ärger gebt, oder was? Okay, dann haben wir das jetzt erklärt. Erklärt haben wir das, Frau Grube. Dann müssen wir zum Zwergi. Ich gehe einfach monodokatisch. Ich hab keine Ahnung, wie ich da hinkomme. So, der Rala, hallo. Also. Ich meine, wann ich jetzt sogar hinkomme und bringe noch von der Elfe Cabo-Dochter persönlich gemacht und bringe das vorbei. Wahnsinn, oder? Das ist, äh, meine Freundin, die Namen vergisst. Ein Elfe? Ich habe nie einen von vier kennengelernt. Nicht ganz, was ich erwähnt habe, wenn ich ehrlich bin. Äh, gut kennengelernt. Der Name ist Sarah. Ich bin ein Apprentiss hier bei der Smithy. Gut kennengelernt. Sie ist derjenige, der nach der Skale-Cinder, ich erwähne. Yep. Habt ihr dann noch die Elfen-Delikatie mit dir mit dir gebracht, wie ich gesagt habe? Yep. Ja, ich habe das Nutri-Arp mit mir. Marvellous. Ich dachte, ich habe es auf dich riecht. Ja, mark mich. Du bringst das in fronte Brunker und er wird die Reaktion Ich habe heute wo wir gerade bei Smirrebröt sind oder sowas. Ich habe so ein dummer Spitzname gelesen, der hieß Okay, ich kriege es nämlich hin. Ist egal. Irgendwie sowas wie Snurrebus. Was irgendwie so naja, schnurrende Katze halt. Mann ey, die Finne. Oder keine Ahnung, was das war. Ist egal. Ich weiß auch nicht, wie ich jetzt da draufkomme. wäre ich in dem komischen Stinkefisch da. Naja. So. Uh-huh. Okay, jetzt müssen wir einfach in die Höhle. Ja, ich... Man hört jetzt aber eilig hier. Ja, ich komme hier hin und hoch. Kein Ding. Jetzt ist es nicht gekommen, jetzt haben wir schon zwei Leid. Man muss halt bedenken, ich habe nicht wirklich Kampfleite bei. Was ist das denn da oben so schön hell? Ja, ja, ich sollte mich vielleicht eher darauf konzentrieren, wo die hier rennt. So, komm. Ich hoffe jetzt, dass die Höhle nicht zu weit weg ist, Mädchen, gell? Was ist das? Zieh doch deine Shots aus. Nervt ja nicht am Rennen. Ah, ich bin doch hier, ich bin doch hier, rennen, rennen. Achso, ich kriege es auf der Karte angezeigt, wo wir hin müssen. Wahnsinn, oder? So, hier. Müssen wir. Ja, ja, ja. Ich höre mal auf zu rennen. Ja, aber die hat aber Ausdauer, hm? Uh. Geht denn die? Okay. Okay, jetzt hat er den Hibber. Oh, das ist ein Glüge im Schrank. Hallo. Nee. Zeit, aber nicht so. Guck mal, was ich ein Leckeres dabei habe. Halt einen Moment, Rucka. Sie hat etwas für dich gebracht. Wollt ihr nicht, was es ist? Ein Gift. Für dich. Ah. Was macht ihr, dass ich dich in den Elfen zu kümmern werde? Ich gehe zu spüren. Und ich hoffe, der Elf zu Gott sein, wenn ich zurückgehe. Da geht das jetzt Entsorge. doch hin, hinter der Mauer, wo eine Kenner sieht. Aha. Der Blick. Nichts. Abwarte, bis das Gäss hat. Okay. Wirtschaft jetzt. Okay. Also, was brauche ich, das ist da? Hölle, der verirrt mich. Wo ist das Gedön, was wir suchen? Das ist da. Rinde an der Bergbuche. Ich habe keine Ahnung, wo ich dort zu gucke habe. Also, in Kischt ist es schon mal nicht. Ich hätte gedenkt, dass es das Rote da ist. Weil ich auch, das kann ich ja nicht aufheben. Oder hin ist es in Kischt. Und Zeug. Was ist denn? Was ist denn da überall Ratte? Hey, was ist denn das da? Oh, hier. Nichts sei so gut. Da muss durch Ferkel. So, da rennt noch eine rum. Oh, wieder hart. Oh, Leute. Da ist so ein komisches Zeichel auf dem Bote. Ist das das vielleicht? Sammeln. Aha. Kuppenzunde. Okay. Moment, ich brauche Mausezähnchen. Also, Zeug kaputt machen in Ecke und dann ohne Leute zu Bapp auf dem Bote. Uch, da hat gerade Sammeln gestanden. Was soll ich denn da sammeln? Ach so. So, wir müssen also irgendwie gucken. Hier irgendwo alle Mäuschen. Guck mal nicht, aber jetzt ist da klar. Ist noch, ne? Halt. Was war das? Ah. Ein Fura-Medaillon. Bin mir leid noch. Ich sieh's. Ich komm nur nicht hin. Was war, ob ich die Frauenstande oder einfach nur? Viel. Okay. Hier bin ich durch. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, gerade leider. Ja, was macht die leider? Warte, leider rum. Läderle. Na. Soll ich jetzt noch mal Quest irgendwie. Okay. Ähm. Ich brauche so grünes Pampe. Oh, Leute. A Potion. Vielleicht ist es so die Love Potion. Aber nein. Okay. Da ist nix. Rück geh. Da jetzt noch rechts geh. Vielleicht ist da noch was. Da habe ich schon Haufe Zeit. Ach, bist du auch Motor? Hilfst du nicht mit? Ich such dir da. Zeige ich alle. Äh. Spinne. Ich hab dich ausgesponnen. Spinne gesponnen. Irgendwo hab doch da noch so ein Ding ins Geläch. Ich hab doch vorhin irgendwas gesagt. Ah, dahin. bin ich schon gesammelt. Nee. So. Okay. Also, ich hab eigentlich schon ziemlich viel, ne? So. Okay. Ja, mehr wie du. Du hast schon nur rumgestanden und nix gemacht. Ich hab sechs Stück. Eine besondere Asche, die man in Schmieden findet. In der Sprache der Elben hat sie einen anderen Namen nicht als Nährstoff. Ja, ich geb'ra alle, oder? Ja, gell. Ja, gell? Ja, gell? Ja, gell? Ja, gell? Okay. Okay. So. Das war die Quest. Boah, Alter. 13.000 und irgendwie was skript. Okay. So. Ja, dann. Dann haben wir das. Dann gucken wir mal. Was ist denn hier los? Wieso ist denn hier? Wieso eigentlich nur? So, nun, ne? Hallo. Ich hab' ihn auf dumm Zeich zu machen und vergifte mich mal, bitte. Einmal vergiften, bitte. Nein, vergifte. Ah, der da, ich will. Du, du bist richtig. Du bist gut gemeint. Bin ich jetzt vergiftet? Nein. Jetzt bin ich vergiftet. Das macht gar nix. Das war mein Plan. So. Okay, alles klar. Ich musste ja alle aufsuchen. Ich hoffe jetzt, dass ich richtig bin. Was war so? Äh, Aufträge. Das war falsch. Aufträge. Giftiges Vorhaben. Okay, ich muss so irgendwie... Bin ich da... Ein wenig falsch grad. Ah, nein. Der ist da hinten, gell? Okay. Ich muss weiter nur links... Also ich muss da irgendwie hochrufen. Was ist das? Keine Ahnung. Wie lange bleibt man dann vergiftet? Das war eine dumme Idee, hierhin zu gehen. Ein fulminantes Gift. Das ist ein fulminanter... Ja, das ist so. Bin ich nämlich vergiftet, ihr Leid. Ai, ai, ai. Ob jetzt... Ich muss... Ich muss so... Ich hab nicht gewusst, wo ich hin muss, Mann. Ich brauch noch ein Mo. So. So. Was sind sie denn jetzt da hier? Ich mach mal ein Lamp aus. Das machen wir jetzt grad noch einmal, ne? Aber halt ohne... Wo sind jetzt die Echse hier? Ohne. Hallo, Echse. Komm schon mit. Mensch, dann hier, Kollege. Hast du Angst vorm Greif, oder was? Okay, kann ich... Mein Gehirn der Magik sind in deinem Bezug. Warte da. Wie erwitzt, hey, der Kollege. Guck mal. So. Hey, jetzt... Gucken wir mal zu mir, ha? Ah, ja, jetzt halt, jetzt halt. Ja, jetzt sterb schon. Auch zuvolleig. So. Es langt, es langt. Es muss nicht mehr sein, muss nicht mehr sein. Nein. Nein, 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 nein. Bleib, 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 bleib. Los. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Ich muss jetzt schnell da lieber rennen. So, ich muss mich kurz durchhalten. So, jetzt muss ich aber rennen hier. Was geht denn hier ab? Rief denn du her? So. Geh'n hin. Geh'n auf, oder was? Zu dem. Zu dem. Wo bist du? Jetzt sag bloß, du bist nicht da. Ah, gut, 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 hat funktioniert. Ja, genau, genau. Komm, allow me a closer look. Let's see here. Pupils dilated, tongue swollen. And that's to say nothing of what's going on in your internal organs. So much to study. Junge, kannst du mal gleich vergessen, mal innere organe bleiben, dir mal ganz egal, ne? Dann schau ich dir auf den Kopf. Was ist jetzt? Okay. Junge, du hast, irgendwie siehst du seltsam aus. Alter. Jetzt, Sammo, spinnst du oder was? Der ist schon ein bisschen... Der hat's jetzt auch nicht mehr alle, oder? Ja, hopp, komm. Harp, hier ist es nächste. Aber jetzt... Das war jetzt halt Zufall, dass ich die... Die du grad gesehen hab. Ist jetzt schon wieder dunkel, oder was? Ja. War jetzt halt grad Zufall, dass ich die gesehen hab. Oh, hab ich jetzt... Hab ich jetzt... Zieh ich die jetzt auf die Karte, oder was? Ja, klar. Okay, die ist doch in der Nähe. So waren die Echse. Ja, was heißt denn denn? Geht so, ne? Was ist denn das da unten? So, ähm... Ja, aber... Hab wir jetzt genug gemacht, wollte ich damit sagen. Ja, das ist doch so Annie, oder? Ist das nett? Ist das nett so Annie irgendwie? Sorry. Hm. Jetzt bin ich doch raufgekommen, war nicht so freundlich froh. So, ist ja egal. Ähm... Versuch. Wir machen Aufträge... Ambrosius eine Klinge bringen. Die Götterbandklinge, genau. Ähm... Die Götterbandklinge muss ich dem geben. So, dass wir hier mal vorwärtskommen. Ja, ja, ja. Guti, guti. Komm ich denn da hin? So. Also ich muss so... No Bagpatal. Was ist denn das da? Feuer! So. Wie weit ist denn die weg? Ach, ich renne mir dort den dicke Weg entlang, dann sehen wir weiter. Ich könnte mich vielleicht mal heilen lassen. Äh... Ayana... Hallo, Heilung, Heilung, hopp, Flitz, 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 Stopp. Pack'n aus, der heilt sauber. Dankeschön. Ja, ich weiß jetzt, dass ich schon ein bisschen abgeriet hab, aber... Muss man jetzt nicht gleich so los, dass ich da mit halber Energie rumrenne. So, ich hoffe, dass das jetzt das, äh... Gut vonstatten geht. Beim Ambrosius. Äh, das ist... Also ich hab jetzt keinen Bock, vorher schlafen zu gehen. So, ich glaub, ich muss da hoch an das Flammerdingsbums. Ich schätze mal, dass ich dann da nun her muss, oder? Aber die hauen wir ja jetzt nicht auf die Map wieder, wann ich nun her geh. Dann muss ich dann wieder vom Knascht unten in den geh. Hätte ich immer gar keinen Bock drauf. Hätte ich gar nichts an. Ja, dann bleib grad raus. Ja, 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 ja. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich guck mal, bis auf die Karte vor. Ich wollte seit ewig, äh, natürlich ist er netto, ne? Doch. Ah, wahrscheinlich... Doch, 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 das passt schon, passt schon. Alles klar. So, da brennt ein schönes grünes Licht. Und dann muss ich da hinten links nennen, glaube ich, war das, oder? Ne, warte mal, es war da hinten. Ah, guck mal da. Ich krieg's hier angezeigt. Ah, jo, dann guck mal, Mo. Ambrosius. Hä? Das ist doch, das ist doch aber nicht der Ambrosius. Das war doch... Das Heisel von... Von der Chefin. Ach so, ich muss unten drunter wahrscheinlich. Ja, das kann Sinn. Das ist möglich. Ich guck mal kurz, kann ich da, äh, Karte irgendwie... Gucken, ne? Ja, dann, dann geh mal so, wie ich eigentlich gehe wollt. Und zwar... Wann mich net alles deicht, do vorne nin. Hallo. Jo, die sagt echt gar nix mehr, weißt du? Vielleicht bin ich jetzt da der Oberknüchbeln. Traut sich net. Es scheint net so. Hallo. Alles in Ordnung. Ich hab Arbeit... Für die Ambus... Ambus Rosius. So, guckte. Er hat sein Labor direkt unter dem... Gemach... Der Kaiserin oder so. Das ist mal über einer. Okay. So. Tatsächlich. Ja, mal gucken. Okay, Knüchbel, wo hast du dich versteckelt? Vielleicht bin ich falsch hier hingegangen. Muss ich noch tiefer gehen? Hä? Wo ist er denn? Mann, ey. Ambus Rosius, ich mach sowas nie mit dir. Er hat da net Ball uff. Hä? Hä? Okay. Äh. Wollen wir doch noch ein bisschen weiter. Ach, achso. Ah, achso, achso, achso. Ja, ja. Ja, hallo. Tja, komm her, gib mir ne. Ich sah das. Wie ist das so, als verrückter Professor, wenn man mit sich selbst dreht? Erinnerungen von Ambrosius. Fünfter Eintrag. Viele Monate. Äh, Quatsch. Viele Monate. Ist fast dasselbe. Äh, lang schritten unsere Experimente rasch voran. Während dieser Zeit ermöglichen mir die Früchte meiner gewissenhaften Studie und aller Altafolianten. Ich sag's nicht, ich will das bitte langsamer machen. Lord Faces von Nutzen zu sein. Darüber hinaus führten unsere Beiträge zur Verhinderung des Unheils dazu, dass der Staat uns ein offizielles Budget gewährte und eine Forschungseinrichtung bereitstellte. Als dieses Laboratorium errichtet war, stand Lord Faces im Ansehen allein hinter der Kreisheit. Das hab ich doch schon mal... Au! Hallo! Kann ich doch mal kurz helfen? Alter! Alter! Guck mal her. Hopp! Komm doch hin an dich raus! Was sollen dir doch die Nachbarn denken? Ich muss dann fahren! So. Okay, wir haben jetzt folgendes Problem. Äh. Ich hatte gedacht, hä? Der Lord Ambrosius hat beschlossen, dass er sich da hinten im Tisch versteckt. Und ich kann ihn nicht ansprechen. Das ist voll schlecht. Weißt du, was ich da mache? Wie ich jetzt gerade... Heim. Hallo. Ich bin falsch. Tut mir leid. Lass mich mal da raus. Lass mich doch mal raus. Auslassen. Ja, guck. So hab ich mich nämlich das letzte Mal angemacht. So. Jetzt dürfen sie ja nicht mehr hinter mir her sind. Die sind immer noch hinter mir her. Zu Hilfe! Ich werde verfolgt. Au! Der schießt ja noch Pfeile. So, jetzt ist das jetzt aber gut, oder? Gut. So. Okay. Das hat ja nicht so gut geklappt. Also. Hör mal zu, Echse-Mensch. Ich will mit dem Ambrosius retten, aber ohne, dass er mal die Leid auf den Hals hetzt. Ist das machbar? So. Jetzt wird der Versuch. Also. Oft ist es ja so. Also das letzte Mal war es ja so. Hallo. Ähm. Wann ich von der Unrengang bin, dann war das voll in Ordnung. So. Jetzt ist so auch keine komische Musik. Wahrscheinlich darf ich nur von Ovenet rinnen. Aus irgendeinem Grunde. So. Und jetzt zu dir, Knispel. Ah. Echt jetzt? Du bist so ein Dödel. Siehst ein bisschen aus wie Cherry-Only. Hält nur noch die Locken vorne. Egal. Du bist so ein Depp. Ich war walsch, Humo-Do. Wollst du nicht mit mir retten? Hast du dich lieber in die Tische hingestellt? Und jetzt auf einmal bin ich hier eine gute Freundin, oder was? Ja, ja. Alter, hab. Humo-Do. So. Ja. Warum? Warum? Sieht aber ein bisschen aus wie Till Lindemann, finde ich. So eine Mischung aus Cherry-Only und Till Lindemann. Hm, okay. Okay. Was braucht der A-Lindwurm-Kristalle? Brauchen die alle Lindwurm-Kristalle? Ei, ei, ei. Erzählt mir mal von den Kristallen. Es ist eine von ihnen. Sie wurden aus kristallisierten Drogenblüten, und jeder Fragment hat ein Stück von der Geist. Es ist ein Teil des Geist des Geist, die sich in der Geist des Geist und Drogen verbunden ist. Selbstverständlich, kristallische Drogenblüten nur durch die Geist und der Geist. Aber ich glaube, dass Lord Phasus mir die Kraft hat, wenn die Ritual so nahe. Halbdrache also, ja? Okay. Ja. Jetzt. Wie ich gesagt habe, Worms-Live-Crystall können nur von Drakes und ihrer Ilk erholt werden. Seek einen und fehl ihn, wenn er in deiner Kraft ist. Ja. All the better, wenn es ein weniger Drogen ist. Was ist ein Unterschied zwischen, ähm, Halbdrache und einer minderen Drache? So. Okay. Jetzt habe ich zumindest mal das Item aus meinem Ding ins... Darf ich mich jetzt hier, äh... 15? Spinnst du? Bist du gekifft, oder was? Okay, also ich darf mich jetzt aber hier in aller Ruhe umgucken, ja? Oder sind dein... Dein dummen Kollegen, du? So. Gibt es hier noch irgendwas für mich interessantes? Hallo? So. Ja. So. Ja. Ähm. Ich habe ein ganz aufgeschürfte Knie, der Drache, da. Labor 3. Gibt es hier irgendwas? Na, dass ich da was über sie habe. Bist du auch vielleicht ein Buch drauf? Ja, aber kannst du das lesen. Äh, dann kann ich da hin und trage. Uh, 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 uh. Du hast was gelehrt. Der Drachenschuppe. Cool. Danke. Ich weiß nicht, was ich brauche, aber ich nehme es mal mit. So. Dann gehen wir gleich noch durch Evenin. Da steht... Ah, das ist der, wo du irgendwie was gesagt hast. Medusa-Kopf. Stimmt, genau. Der Medusa von Agamen Ruins ist nesting nach dem Westen. Der Medusa von Agamen nestet im Westen. Der Medusa müsste man ja auch noch finden und köpfen. Das wäre auch noch so eine Idee, was man machen könnte. Das ist ein schönes Ort. Das ist ein schönes Ort. Ich bin in keine Angst, um zu gehen. So. Ne. Einzweiter vor. Hallo. Zehn. Okay, okay. Du hast deinen Weg verloren, hast du? Äh, äh. Oh ja. Hm, hm, hm. Ich habe hier eine Kiste. Kann ich, kann ich die Kiste hier schmeißen? Ja, ich kann. Was ist jetzt dein Problem gewesen, Junge? Ich bin nicht hier, um zu sprechen. Okay. Ach, du bist... Ja, hopp, es ist jetzt wieder gut. So, wir gehen da jetzt raus. Wir gehen da oben auf. Es waren... Es waren... Es waren der oberen guten Tag. Wir kommen gerade von unten. Ja, habe ich jetzt hier die Erlaubnis, äh, drin rumzulaufen, wie ich will, oder was? Und da waren wir ja schon, gell? Ich habe eine Idee. Kann ich nicht, kann ich nicht noch klauen? Nichts zu stehlen. Hallo. Ey. Ich geh mal beim Lord Faces gucken, ob der was innensteckt hat. Das wäre eine Idee. Nee. Haha. Besonnenheit 2 Rauch. Ist nix. Cool. Ist egal. Nein. Ich bin ein Dieb. Ich bin ein Meisterdieb. Ich bin ein Meisterdieb. Ich bin ein Meisterdieb. Haltet eure Meister fest, ich glaube so. Äh. Hallo. Come on. Echt jetzt? What build. Gibt's doch nix zu klauen hier Was ist denn da los bei Eich? Echt jetzt, also Framer Eich Ja sorry Aber es ist irgendwie lustig grad So, ja ihr leid Verheizt soll's das übrigens gewesen sein Wir arbeiten uns jetzt noch hoch Ich geh jetzt noch raus Und dann leh ich mich ins Bett und geh rund schlafen Und dann guck mal Was war Quest, wie man es weitermachen könnte Kann da wohl nix sehen, wieso haben dann die du alle nix zu klauen So, es war ein Nebelstreif Ich guck mal, ich guck mal Aufträge mäßig, ne Giftiges Vorhaben, ne da hab ich kein Bock drauf Phantom Ochsenkarre Äh, ach ja Greif, da muss ich aber erst Yes, ich bin wieder weit Erst bei der Medusa vorbei So, ein Schleier hauchzahter Wolken Das machen wir nicht Das dauert noch, ne Dann zwischen Baum und Burke Das ist vielleicht Asylantrag schreiben Das wäre eigentlich eine coole Idee Das mach ich jetzt Das bin ich mal Wo ist denn das, zeig mal her Ja Wo komm ich denn da hin So wie es aussieht Bin ich ja schon fast im richtigen Weg Da runter Da neben Da wird's gewaschtelt Und da unten dann Okay, dann machen wir das so, oder Ja, ihr Leute Dann machen wir das so Ich renne jetzt aber erst mal heim Hau mich aufs Ohr Moin Ja, ja Du hast doch gesehen, wie ich hingegangen bin Das war schon so saublade Äh, dann hau ich mich jetzt So noch ein bisschen aufs Ohr Alles klar Die Ayana Wär jetzt mal wieder Bescheid, ne Ayana, du bist super So Ähm Ja Da hab ich jetzt schon 5 Mod Tschüss gesagt, gell Jetzt aber im Ernst Tschüss Moin, hier geht's weiter Tschö